Hallo Leute, ich bin's, euer Flo, Angestellter bei Garten und Freizeit in Gendekingen. Rote Beete macht sich nicht nur gut im Salat, auch auf dem Grill macht das Herbstgemüse eine gute Figur. Ich zeige dir heute, wie du ganz einfach Rote Beete auf dem Grill zubereiten kannst. Dafür brauchst du nur diese wenigen Zutaten. Rote Beete, Lauchzwiebeln, 200 Gramm Creme Fresh, Salz und Pfeffer. Die Rote Beete habe ich schon vorbereitet. Hierbei ist zu beachten, dass man die Schale beim Waschen nicht verletzt. Als nächsten Step gehen wir nun zum Grill über. Ich verwende für dieses Rezept den Weber Genesis 2, auf dem ich die Knollen gleich vorbereiten kann. Dann koche ich die Knollen etwa 20 bis 30 Minuten in gesalzenem Wasser. In der Zwischenzeit schneide ich die Lauchzwiebeln für den Dip in feine Ringe. Die Lauchzwiebeln dann mit der Creme Fresh vermengen und mit Salz und Pfeffer würzen. So, die 20 bis 30 Minuten sind jetzt vorbei und die Rote Beete ist fertig gekocht. Als nächsten Step grillen wir diese auf dem Gemüsekorb im Weber Grill. So, jetzt dürfte auch die Rote Beete gar sein. Zum Servieren die einzelnen Knollen einfach etwas einschneiden und auseinanderbrechen. In die Mitte einen Klecks von dem selbstgemachten Dip geben und dann heiß genießen. Lasst es euch schmecken! Das ist 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 euch schmecken! Untertitelung des ZDF für funk, 2017